Ja, aber... Der war hier in dem Raum. Der war hier in dem Raum? Dann ist auf einmal, ja, der ist so komisch, die krechseln ja so rum. Was ist denn, wenn er kaputt ist? Muss man dann... Oder soll ich nochmal 0900 eingeben? Und gucken, ob ich nochmal neu starten kann? Hier kommen ja so viele... Okay, okay. Beinahe gestorben, Alter. Ja, aber hier kommen ja so viele Zombies. Ja, ja. Hört ja gar nicht auf. Nein, das muss ja schon längst durch sein. So viele Zombies vernichtet. Hier ist er, bei mir. Ah, jetzt ist er wieder da. Ja. Warte, ich komme auch. Moment, folgt der mir? Ja, der will dich angreifen, glaube ich. Du musst den so ziehen. Du musst nah dran sein, damit er kommt. Soll ich mal runterkommen? Und das war's dann mit unserem Patienten. Oh. Oh nein, ey. Ich hab extra hochgeschossen. Ich hab extra hochgeschossen. Ja, das ist... Man muss aufpassen. Äh, muss ich jetzt nochmal den Code neu eingeben, oder? Keine Ahnung. Warum sind hier noch so viele Zombies? Legt ihr noch? Ja, weil... Ich bin tot. Die Spawn. Hä? Alter, was geht hier ab? Warum sind hier so... Ja, aber ist doch nicht Runde 9 gemäß. Versuch jetzt zu dir zu kommen. Och Gott, kommen da viele. Ja, diesmal hab ich aber nix. Diesmal hab ich aber nix, sagt er. Du solltest wirklich versuchen aufzustehen. Auch auf wackelige Weise. Okay, super. Äh. Soll wir nochmal gucken gehen, ob der jetzt wieder spawnt, oder soll ich einfach mal den Code nochmal eingeben? Gib den Code nochmal ein. Weil jetzt sind doch gerade nicht so viele Zombies da, oder? Irre ich mich. Es kommen unglaublich viele. Klar, ich kann mir jetzt hier voll viel Geld farben. Das ist der Vorteil. Aber, der Nachteil, mir geht die Munition langsam aus. Okay, das ist ein Nachteil. Okay, ja. Aber du hast Geld, das heißt... Ja, aber wo soll ich denn Munition kaufen? Ich hab ja keine Wandwaffe. Dann musst du dir eine Wandwaffe holen und deine Strategie ändern. Okay, jetzt spawnen keine mehr. Nee, ich glaub, wenn du den einmal eingegeben hast, ist der eingegeben. Aber wie starte ich's neu? Oder muss man die Runde beenden? Keine Ahnung. Nee, ich guck jetzt mal. Wir suchen jetzt einfach mal, ob hier noch ein roter, kleiner, flippiger Boy ist. Er hat ja gesagt, mehr Erfolg mit dem Nächsten. Ja, es muss ja einen Nächster geben. Wir brauchen einen neuen Timmy. Wir brauchen einen neuen Timmy. Aber jetzt spawnen auch keine gerade mehr. Davor sind ja hier dauernd tausende von Zombies gespawnt. Das meine ich ja. Das ist nämlich schon verdächtig. Entweder sagt er gleich, sie haben ihn gefunden, unseren kleinen Klettermaxen. Hier ist nix. Warst du schon überall? Was, schon in Storage? Da bin ich hergekommen. Den müssen wir zu ihm locken, zu Rushmore. Ja, der geht halt, wenn du neben ihm bist, dann läuft der halt sowieso so eine Strecke ab. Und dann kriegt der irgendwann in so ein Fenster rein. Du musst den halt eskortieren. Aber ich glaub, der ist nicht mehr da. Ich glaub, wir müssen die Runde beenden. Ah, gut. Hab ich so irgendwie im Orino. Das ist echt ekelhaft, ne? Das ist halt ein Easter Egg. Easter Egg? Hier bist du halt so... Eingeengt. Ja. Schönen wir mal so ein Stummin ab jetzt. Beeindeutig verschreibungspflichtig. Oh, geil. Munition. Nee, er will den Code nicht mehr. Eben gerade hab ich so einen Furz gehört. Entschuldigung. Ich war halt bei Burger Kingstum. Nee, es war so ein Kriecher. Wir brauchen den roten Kriecher. Gerade in der Pyramide. Aber es war nur so ein... So ein Stinky. Nee, wir brauchen den richtigen. Der leuchtet halt schön. Ja, ich hatte ihn ja. Cremig-Rot. Ich hatte ja so einen schönen... Cremigen... Stinkermax. Stinkermax. Der extra-nussige. Ich lauf mal hier extra-nussig im Keller. Kann der auch oben sein? Oder muss der unten sein? Boah, weiß ich nicht. Das, was ich alles gesehen hab, war ja unten. Das ist nur die Frage, wo es spawnt. Der kommt ja dann durch so eine Wand. Muss ich irgendwas triggern in dem Raum? Spawnt er vielleicht nie wieder. Spawnt er vielleicht nie wieder. Machen Sie es besser. Was? Zweite Chance? Zweite Chance. Machen Sie es besser. Ich glaub, da erst bei mir. Eigentlich darfst du gar nicht schießen. Ich dachte, du musst die Zombies drumherum alle kippen. Okay. Ich bin down. Okay, shit. Shit, shit, shit. Hier drüben ist noch ein extra-ding. Geil, Mann. Okay, ich sterbe. Ich bin draufgegangen. Shit. Ich schock mich frei. Alter, das ist so nervig, weil da auch eine Milliarde von denen kommt. Schau ich es mal an. Vielleicht nächste Runde starten und dann... Ah, haben wir jetzt eh. Das liegt nicht an der Runde. Die spawnen. Auch wenn du einen kippest, da kommen immer... Viecher. Saugen? Was? Wir behalten dich im Auge. Oh, sauge dich nicht um mich, Nikolai. Oh, sauge dich nicht um mich? Warum ist jetzt auch mal verbraucht? Komplett verbraucht? Wie wär's verbraucht? Richtofen. Richtofen ist auch gebraucht. Irgendwie schon, ja. Flatulenz ist so ein süßer Schmerz. Find ich nicht. Gar nicht. Nee. Obwohl es gibt manchmal welche, die schon echt ein bisschen wehtun, ne? Schon mal vorgekommen, dass ich mir danach gedacht hab, au. Ja, es gibt dauernd, so kann's dauernd haben. Wenn du irgendwas am Magen hast, so wenn du krank bist. So mega ekelhaft. Wann gibt der mir dann jetzt hier einen neuen Kriecher? Keine Ahnung. Schwänzen. Red Lobster halt, ne? Komm schon. Auf jeden Fall haben wir Geld. Geld haben wir. Gelga Max haben wir ohne Ende. Das ist die Mega-Session, Alter. Ich glaub, ich hab was Neues, Rotes, ja. Mann, da kommen aber auch so viele. Ja, warum? Alter. Komm mal an. Ist er noch da? Kommt er mit uns? Weiß es nicht. Der übel. Nee, nee, von allen... Oh, das ist geil jetzt. Wo ist der Rote? Hier unten. Der Rote. Der Rote. Ja, soll ich das mal im Roten erzählen? Ich hab ihn letztens gesehen. Da ist er doch. Bärblut. Davon kreden sich der Nuss. Was? Bärblut? Hast du ihn? Ja, ja. Ich versuch ihn hier. Weil ich hab gerade so viele Zombies, war ich's ganz gut. Aber, boah... Vorsicht, Vorsicht. Ich hab hier auch so viele. Ich hab hier so viele Storage. Ich komm hier nicht durch, Alter. Ich muss durchkommen. Oh. Jetzt ist er bei mir. Das heißt, ich kann aber wenigstens alles killen. Mal alles tot. Alles, ich mal alles tot. Er spuckt mich an mit so einem komischen... Zieh ihn einfach weiter. Ganz kurze Extrakt. Immer weiterziehen. Immer weiterziehen. Und dann... Versuch's. Aber ich weiß nicht, in welches Haus wir ihn oben ziehen müssen. Keine Ahnung. Oh, hier ist er wieder bei mir. Shit. Ich dachte, wir müssen ihn zu ihm ziehen. Ja, aber... Meinst du zu Rushmore in den Keller oder was? Ja, nicht in den Keller. Da direkt vor ihm oder so. Dachte ich. Nee, 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 nee. Das ist irgendwo unten, wo er reinklettert dann, glaube ich. Beziehungsweise... Warte, ich schau mich mal eben um. Aber nicht drauf gehen, Alter. Hier kommen unendlich viele Zombies. Versuch's. Alter, warum kommen hier so viele? Oh, nein. Hast du den Client noch bei dir? Nee. Aber bei mir ist er auch nicht. Alter, ich kann mich nicht erinnern, wo er rein muss. Oder? Muss noch irgendwo sein, oder? Wir haben noch keine Ansprache gekriegt, der neue. Von wegen... Wenn er tot wäre, würden auch keine Zombies mehr kommen. Das ist die Frage, wo bringen wir ihn hin? Der Rode. Der Rode ist da. Da haben wir doch gesehen. Da hinten ist er doch. Wir haben sehr viel Geld. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Das Haus hier. Wo ich bin. Wo ist der Rode? Wo muss ich mich nur noch finden? Keine Ahnung. Ich töte hier gerade Zombies. Oh, Mars. Ist er abgehauen, oder? Ist er wieder nach unten gegangen? Er war dann wie bei dir. Er wird wahrscheinlich wieder unten sein. Wieso hat er denn in der Fall? Das ist jetzt ein langer Weg. Das ist schon ein guter Weg, ja. Und ich bin tot. Shit. Shit, shit, shit. Kacke. Das nervt. Wo ist er hingegangen? Er war doch schon oben. Keine Ahnung, Moment. Er war schon oben, ja. Er muss quasi hier in das Haus, wo ich jetzt bin. Hier. Da war er doch schon eigentlich fast. Und dann muss er hier rein. Und ich hatte ihn doch irgendwie hier so in der Ecke. Da war er, ja. Da hatte ich ihn. Warte, ich gehe nochmal runter. Ey, Roda. Ey, Roda. Was ist denn das hier überhaupt für eine Arena? Ich bin doch gar nicht mit beschäftigt hier mit dem Tunnel. Oh, ist das ekelhaft. Das ist die ekelhaftste Scheiße. Findest du das das Schwierigste am Easter Egg? Diesen Roten da durchzuziehen? Es ist auf jeden Fall sehr nervig. Stört schon irgendwie. Aber jetzt spawnen auch gar keine Zombies mehr, ne? Ne. Da ist er bei mir. Ich hab ihn. Okay, nice. Was ist denn, Big? Ungefähr, ja. Haben wir jetzt alle Zombies ausgerottet? Wir gehen hier durch den Storage nach oben. Das wäre jetzt lässig. Was ist er denn jetzt schon wieder? Guck mal, er geht schon wieder zurück. Hey! Roter. Guck mal, wenn er nah genug dran ist, dann schießt er auch nicht. Guck mal. Merkst du was? Ah. Immer schön mit dem Snickers. Ne? Wedeln. Ja. Guck, er will mein Sneaky. Ey, aus irgendeinem Grund spawnen keine Zombies mehr. Ich glaub, wir haben Bug oder... Oder wir haben so viele getötet, dass das Spiel sagt, ey, ihr habt euch Reich verdient. Es reicht jetzt auch mal. Es reicht jetzt. So lange haben wir gar nicht vorgesehen, dass jemand braucht, diesen Zombies wieder hochzubringen. Ihr seid behindert jetzt mal. Ihr habt wirklich einen Schaden. Ihr habt einen neuen Erfolg freigespielt. Behinderung. Down syndrome. Der ist ja wirklich ein Bongo. Könnt ihr nicht verprügeln. Könnt ihr nicht verprügeln. Los, geh, weiter. Ich hab ihn. Ich hab ihn doch. Du musst die Vorhut bilden. Mach die Vorhut, damit ich... Mach doch die Vorhaut. Hier ist nix mehr. Ja, ja. Rode. Warte ab. Nicht, dass der Rode kommt. Und dann stehen wir da. Gein Bongo kloppen. Der Bongo kloppen. Joke. Hör mich zurück, Mann. So, wo war das jetzt? Da hinten, ne? Ach du Scheiße. Jetzt komm mit hier. Der ist aber auch langsam. Der ist auch langsam. Das ist auf jeden Fall ein Crawler mit Down-Syndrom. Ja. Guck dir sein Gesicht an. Der hat nicht mal Augen. Das geht wieder hier. PC ist das nicht, ne? PC ist das natürlich nicht. Ey. Hast du jetzt geschossen, Alter? Ich hab doch nicht geschossen. Das wird jetzt geschossen. Ja, ja. Meine ich ja. Ich meinte ja, ich hab doch mit ihm geredet. So, ich glaube, hier ist es. Trägt seine Sprache nicht. Du dumm, dumm, Mann. Tja. Ach. Warum zieht der da mal rein? Ist da irgendwas Leckeres? Ey, ne, geht zu seinem Meister da hinten. Gut gemacht, eindringlich. Sie haben Grundwert... Alter. Ach. War nur mega stressig. Ja, Mann. Was kann er... Milkshake. Was ist das Nächste? Adam aktivieren. Zurück, um den zweiten Grundwert von Broken Arrow zu erfahren. Ich kann nicht blühen. Wie, er kann nicht lügen. Hast du ihn nochmal aktiviert? Nee, du? Nee. Ich weiß nicht, ob wir nochmal hier irgendwas gemacht haben. Okay. Erführe? 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 Bewahre die Integrität unserer Mission. Wie es der Zufall so will, scheint noch ein Eindringling in die Welt zu erfahren. In Camp Edward zu sein und einen Kalister mit Element 115 gestohlen zu haben. Suchen Sie den Eindringling und dämmen Sie die Sicherheitsverletzung ein. Die Katze soll doch im Sack bleiben. Ja, ja. Machen wir doch. Was... Wer ist jetzt der Nächste... Der Nächste Akt ist Adam aktivieren und mit Adam... Achtung, ich höre Blähungen. Wer ist Blähungen? Ja, eben gerade hat schon wieder irgendeiner so... Da oben... ...gemacht. Hä? Deiner? Wo ist denn Storage? Lounge? Generator? Hör mal, hier noch so einen... ...Nackler. Ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Den Nackler hast du doch. Ne, ne, ich hatte noch keinen. Du hattest den. Ach so. Ja, ich hatte den ersten Runde. Ey, der geht dir immer noch one-hit, der Nackler. Wo ist denn Storage eigentlich? In den Lounge. Wir müssen jetzt Storage finden, wegen Adam. Ja, da wo wir waren. Unten beim Generator. Da kommt mein Storage. Ach so, da musst du erst zum... Ja, ich... Ich kenne mich hier nicht aus, weißt du? Ich bin hier nicht so oft wie du. Ich bin hier nie. Das ist meine dritte Runde. Wenn die Map den ganzen Tag spielt. Hier. Hier muss es irgendwo sein. Hier, hier wo ich bin. Da ist Storage. Da ist auch noch so ein Blutwolf. Das ist Storage. Und da kann man Adam aktivieren. Ja, ich warte, bis du da bist. Du bist der Experte. Ne, und den müssen wir... Luna, mein Wolf ist da. Ach, er hat diesen Wolfsdrink. Was? Er hat den Wolfsdrink. Luna. Ist ja nicht süß. So, wo ist Adam? Wo ist der? Ist der hier irgendwo im Storage? Ja, ne? Da in der Tür. Ja, ja, ja. Irgendwo steht der. Hat so ein Schnurrbart. Mit dem Strohh. Activaten. Alter, Adam. Das war Adam's motherfucker. So, und was macht Adam jetzt? Wir müssen Adam folgen. Wir müssen Adam folgen, glaube ich. Können wir Adam selber lenken? Nein. Oder folgt der uns, wenn wir jetzt laufen? Ja, ne? Der folgt dir. Du bist dein Freund. Okay, Sir, Adam. Backyard and Diner. Wo ist Diner? Oh Gott, irgendwo unten. Adam, Alter, der hat ja sogar so Schuhe. Raketenschuhe. Warum haben wir so Raketenschuhe nicht? Wo geht's zum Diner? Über die Bats, oder? Ich glaub schon, ja. Wie lange hältst du ihn, Adam? Ich weiß nicht. Wir werden es erfahren. Hier geht's zum Diner. Hier geht's zum Diner. Äh, dann müssen wir nach oben. Irgendwie durch die Mitte. Wo ist er? Adam noch da? Ja. Okay, äh, hier hoch. Geht lang. Manchmal klingst du, als wärst du besorgen. Hier müssen wir hin. Oder als würdest du im Land erfantasieren. Sagen, ADAM. ADAM? Haha. Ist das ein Roboter da draußen? Malten? Jetzt kriegen wir hier... Du meinst, meinst Malten? Malten macht irgendwann, schmeißt uns einen Container irgendwann raus. Was müssen wir jetzt hier machen? Bestellung halt, oder was? Ja. 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 What? Never. Ey, ich hab ne Brandgranate geworfen. Ich war mitten... Ich war im großen Futter. Da, hier, der Container ist draußen. Ich hab den Container. Oh Gott. Du ihn, ich bin noch im Modus. Raus hier. Ach, geil. Raus ist... Gib den. Ich bin bei dir. Äh, jetzt wieder in das D-Haus in der Mitte. Da müssen wir den Container abliefern. Hier irgendwo, glaub ich. Nicht so schlimm wie der Rode. Oder? Ja, hier. Achtung, von allen Seiten. Oh, fuck. Oh. Closed down. Big Red. Der Big Red. Das ist die nächste Wurst von Adam. Der Big Red. Der große Rode. Der groten Roden. Der groten Roden. Der groten Roden. Der Grand Dänen. Der groten Roden. Der técnisch... Der groten Roden. Höh!